Einen wundervollen Montag wünsche ich euch. Der Kater ist gerade am Randale machen, hat hier gerade, ne ihr seht's nicht hier, vom Regal schon die Janis runtergeschmissen. Als ich mich hier gerade hingesetzt habe, um alles vorzubereiten, ist jetzt hier auf dem Schreibtisch und macht Terror. Ich glaube, das liegt daran, dass er weiß, dass es, Mäuschen, es ist Montag, die Kamera ist an, es gibt also gleich Leckerlis und er sucht jetzt, wie verrückt. Es ist Montag, 12 Uhr, ich bin fit und ausgeschlafen, hab bis halb neun heute Morgen geschlafen, nach dem 24-Stunden-Stream für alle, die es verpasst hat. Wir hatten einen 24-Stunden-Stream von Samstag auf Sonntag und so resümemäßig im Nachhinein betrachtet, war es, glaube ich, der coolste 24-Stunden-Stream, den wir bisher hatten. Es hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Ich glaube, was so cool war, dass wir einfach viele Spiele gemeinsam gemacht haben, viel Interaktion mit euch zusammen. Wir haben zusammen LoL gespielt, wir haben zusammen Trouble in Terrorist Town gespielt. Ich war grottenschlecht, weil ich immer noch nicht wirklich aimen kann, aber meine intrigante Art hat da ab und an mal verheimlichen können, dass ich ein Trader war. Es war also sehr, sehr witzig. Wir haben zusammen gegolft, wir haben kurz Rainbow ganz kurz angetestet, hatten aber Probleme mit dem Internet, trotz des Streams von Mama. Aber grundsätzlich haben wir einfach viel zusammen gemacht, was echt cool war und echt Spaß gemacht hat. Es haben echt auch einige, echt, 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 haben viele, einige von euch durchgehalten bis zum Schluss. Ein mega, mega großes Danke dafür. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Was, glaube ich, auch so ein kleines Highlight war, waren die Horrorspiele mit meiner kleinen Schwester zusammen. Ich weiß, ich habe selber nicht so gespielt. Ich bin halt einfach ein Schisser vor dem Herrn und habe mich aber dafür mit ihr erschrocken. Das nächste Mal, versprochen, gibt es auch zwei Headsets, die beide Sound drauf haben. Ich dachte, das ist ganz einfach. Man steckt beide ein und auf beiden kommt es. Das funktioniert leider nicht. Ich konnte nur auf einem Sound empfangen. Aber fürs nächste Mal wird das Ganze besser gehen. Wir hatten auch das Problem, dass Twitch ja am Server umstellen war. Das heißt, einige Alerts haben nicht so funktioniert, was ein bisschen schade war. Aber auch hier glaube ich, dass wir beim nächsten Mal wieder ganz oben auf der Spur sind. Auf jeden Fall ein dickes, dickes Dankeschön an alle, die beim 24-Stunden-Stream dabei waren, mitgewirkt, mitgerockt haben. Es hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich habe noch keinen Gewinn verlost, weil ich heute Morgen ein bisschen arbeiten musste. Jetzt habe ich gerade kurz die Zeit, den Vlog aufzunehmen. Und dann muss ich weiterarbeiten. Ich gucke aber, dass ich im Laufe der Woche alles rausschicke. Die Spiele gehen wahrscheinlich heute noch raus. Das ist ja nur eine E-Mail, die ich verschicken muss. Die Mauspads dauern einen kleinen Moment. Da muss ich zur Post und so. Und es ist so viel zu tun diese Woche. Ja, was steht an, was haben wir gemacht, was ist geplant? Ich habe im 24-Stunden-Stream Stardew Valley gespielt und es war awesome. Ich bin ein bisschen verliebt und es macht voll viel Spaß. Und ich möchte da weiter machen. Ich dachte erst, ja, so ein bisschen Farmville-Up-Klatsch, ein bisschen Pokémon ohne Pokémon. Aber es macht so viel Spaß. Und ich würde ganz gerne mit euch gucken, was wir spielen. Ich muss sagen, und das habe ich ja schon mal gesagt, und ihr merkt es auch immer wieder, es ist im Moment die Luft bei Hotstone bei mir raus. Ich bin genervt, ich denke nicht richtig nach, meine Züge sind scheiße. Ich weiß das selber und wenn ich danach drauf gucke, denke ich mir auch, ach Schätzchen, was machst du da eigentlich? Und ich glaube, wenn man die Lust dann im Spiel verliert, muss man es einfach auch mal lassen. Und jetzt habe ich zwischendurch Arena gemacht, weil ich gedacht habe, komm, Hotstone, das gucken viele gerne. Und es macht trotzdem keinen Spaß. Und ich glaube, ich lasse es jetzt diese Season einfach sein. Diese Season bedeutet noch 15 Tage, dann ist der April. Und ich glaube, wir steigen im April wieder ein bisschen mehr damit ein, ein bisschen konzentrierter, beziehungsweise wenn auch das neue Addon dann final da ist, wird das Ganze nochmal anders. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Würde aber gern darauf verzichten, jetzt nur noch LOL zu bringen, weil ich weiß, also mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß, den einen oder anderen begeistert es nicht so. Und ich möchte zum einen spielen, was mir Spaß macht. Ich möchte natürlich aber auch spielen, was euch so ein bisschen Spaß macht und interessiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einen Strafenpull. Wir entscheiden zusammen mit euch so ein bisschen, was gespielt wird. Das heißt, ihr findet unten in der Link-Beschreibung, was zum Voten, was in den nächsten Tagen kommen soll. Soll es Golf sein? Soll es Traveling Terrorist Town sein? Soll es Stardew Valley sein? Soll es League sein? Und tatsächlich werde ich Hotstorm mit reinnehmen. Ich habe noch ein paar Heroic-Bosse, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich finde die PvE-Sachen nach wie vor spannend. Die könnten wir also zusammen machen, wenn ihr das gerne möchtet. Und nach wie vor bleibt der Mittwoch mit der Tante bestehen. Da denke ich dann auch ein bisschen konzentrierter nach. Und falls ich unkonzentriert bin, sagte Tante mir, aber scheinbar zu können, man nimmt nicht die Dancing Swords mit. Das ist also das, was in nächster Zeit, in der nächsten Woche so ansteht. YouTube-mäßig ist diese Woche ein bisschen mehr wieder klassisches Let's Play ohne Kooperation, weil ich letzte Woche nicht so die Möglichkeit oder die Zeit gefunden hatte. Diese Woche wird es aber wieder Aufnahmen in Kooperation geben. Das heißt, nächste Woche gibt es wieder ein paar mehr Kooperationsspiele. Ich habe diese Woche unter der Woche jeden Tag Zeit. Also die ganz normalen Tage, Dienstag, Mittwochternatstag, bin ich für euch da. Das Wochenende bin ich auf der Buchmesse in Leipzig und werde nach der Buchmesse einen kleinen Vlog für euch mitbringen, wie das da so war, was ich da so gesehen habe, was für Bücher es gab, wie die ganzen Cosplays so waren. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das heißt, ihr seht mich am Wochenende leider nicht unter der Woche. Aber wie gewohnt, ich habe natürlich auch wieder Random Games für euch dabei, die wir angehen werden. Und zwar zum einen habe ich hier DuckTales. Hatten wir letzte Woche ja schon mit so einem kleinen Sternchen. Und dann habe ich bei Steam im Early Access Lost Castle gefunden, was irgendwie witzig aussah und habe da so eine Art Bohnenleckerli. Deswegen hat das so ein Bohnending. Und lassen gleich das gefräßige Tier, das hier sich schon bereit gemacht hat, entscheiden, was gespielt werden soll. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr macht ganz, ganz fleißig beim Voten mit, was wir streamen sollen. Ich bin bei Mutti, bin wieder zu Hause, wie ihr seht. Das heißt, das Internet ist wieder grottenschlecht. Ansonsten hätte ich Garden Warfare noch auf die Liste mitgenommen und Rainbow mit auf die Liste genommen für im Stream zeigen. Das funktioniert in den nächsten vier Wochen leider, leider nicht. Aber wie gesagt, in so vier, fünf, spätestens sechs Wochen ist das Internet endlich ausgebaut. Wir haben eine 50.000er Leitung und können hier alles streamen, was wir so streamen wollen, sofern die Leitung nicht wieder abkackt, was ihr auch ab und zu ganz gerne mal tut. So, ja, habe ich irgendwas vergessen? War auch noch irgendwas super, super wichtig? Nicht, dass es mir gerade spontan einfallen würde. Ansonsten besprechen wir das einfach im Stream und lassen jetzt die Katze entscheiden. DuckTales oder Lost Castle? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wir das am schlauesten machen. Ich gehe einfach wieder zu ihm. Achso, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich habe das alte, neue, alte Mikrofon, hier seht ihr es, wieder in Betrieb genommen. Deswegen hängt das auch so ein bisschen in der Kamera, damit es nah genug an mir dran ist. Sagt mir mal, wie das mit dem Rauschen für euch war. Ich habe das Gefühl, es rauscht weniger als bei der einen Aufnahme, wo es ganz, ganz, ganz schlimm war. Not sure why. Keine Ahnung, warum, was ich gemacht habe. Warum? Wieso? Weshalb? Würde aber tatsächlich gerne weiter mit dem Mikrofon arbeiten und hoffe, ihr könnt mir sagen, ob ihr es gut oder schlecht findet. Aha. Dum, 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 dum. Leckerli. Leckerli. So, wir nehmen hier einmal, also ich zeige euch das mal. Das ist der Stern. Und das ist die Bohne. Und jetzt bist du dran, mein Schatz. Was soll diese Woche gespielt werden? Oh, du weißt schon, was kommt, ne? Oh, wie mache ich denn das jetzt wieder unfairerweise, dass du erst kurz weggehst? Streicheln und jetzt pass auf. Oh, wo habe ich das? Wo habe ich das? So, jetzt, da sind zwei. Aber das war so, das war, ist ja die Bahn. Die muss das irgendwie ein bisschen Fehler hinkriegen. Warte mal, ich habe eine gute Idee. Wir nehmen jetzt mal eins und schmeißen das weg. Und zwar ein rosamer Mond. Den schmeiße ich jetzt hier nach vorne. So, und wenn er zurückkommt, lege ich so die beiden hier hin. Und jetzt entscheide dich. Jetzt entscheide dich. Da war die Bohne zuerst weg und jetzt hat er das Sternchen gefressen. Die Bohne war das neue Spiel, ne? Die Bohne war das mit dem Lost Dragon, Lost Dungeon, Lost Castle. Lost Castle. Die Bohne DuckTales will er nicht. DuckTales hat er letzte Woche schon umgangen. Die Bohne war Lost Castle, was ihr dann im Nachgang zu dem Video als nächstes Video finden werdet. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz, 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 ganz wundervolle Woche. Und wir sehen uns hoffentlich morgen im Stream. Ich freue mich ganz doll auf euch. Und den Straw-Poll nicht vergessen. Vergesst den Straw-Poll nicht. Macht's gut, Nuckis. Und wir sehen uns hoffentlich seitens. Wir sehen uns hoffentlich über dieänder, wir sehen uns hoffentlich was. Und wir sehen uns jetzt hoffentlich wie geil. Wir sehen uns hoffentlich, ähnlicheramentärmee übersch时. Untertitelung des ZDF, 2020